Hallo und willkommen zurück zu VarioLand 3. Wir machen uns jetzt weiter auf den Weg, die ganzen Welten abzuschließen, damit wir hier mal vorwärts kommen. Und ich bin echt mal gespannt. Hier fehlt uns noch eine Tour. Und da wir jetzt auch hier weiterkommen, werden wir jetzt natürlich sämtliche Münzen erst mal sammeln. Und die nächste wird weltpärtig machen. Obwohl, im Moment, wachen wir mal um kurz. Ich glaube, hier war das Problem mit dem Licht gewesen. Hier ist auf jeden Fall jetzt der 5 Tonnenblock weg. Aber erstmal würde ich sagen, ob wir hier irgendwas machen können. Und es wächst. Das war's. Okay, jetzt haben wir den blauen Schlüssel. Die Frage ist nur, kommen wir jetzt zur Truhe oder ist das hier für uns nicht erreichbar? Ach nee, hier war das gar nicht mit dem Licht. Ich bring die Welten grad durcheinander. Die Welt können wir abschießen. Stachelnase. Stachelnase. No. ...müssen. So. Ah, hier sind auf jeden Fall mehr als eine Münze. Zwei Stück müssen hier sein. Da sind jetzt wieder drei, ich bin mir aber grad nicht sicher. Da ist auf jeden Fall schon mal eine. Ein bisschen weggehen. Vielleicht ist dann... Die Brüche gut abgehört sind die Dinger noch im Bewegung gewesen, warum auch immer. Weg! Und... ...geh... ...weck du... ...nerbensäge. Okay. Okay, hier ist nichts weiter. Die Tür können wir uns schenken. Das war der falsche. Nee. Okay. Dann fangen wir auf dem Weg in. Dann fangen wir nachher das gleiche, bevor wir beginnen. Okay. Okay, hier ist die blaue Truhe. Da wollen wir allerdings noch nicht hin. Okay, hier ist die blaue Truhe. Okay, hier ist auch nichts. Okay, hier ist die blaue Truhe. Weiter rechts waren wir gerade eben und haben alles geholt. Oh ja, das Ding hier. Okay. 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 Ja, fisch. Den muss ich mal leider noch mal kurz wiederbeleben, den baue ich nämlich, bevor ich den Kicken nicht an den Münster ran. Nein! Verdammt! Das war doof. Äh, zwei Münzen. Hm, da ist doch noch eine Münze. Noch eine Münze fehlt. Das müsste da sein, wo die Quallen waren. Noch nicht da. Ah, ein zweiter. Hier müsste rein theoretisch die letzte Münze sein. Ja. So, die werden nämlich auch abschließen. Okay, wir haben alle. Hier muss man von der anderen Seite aus machen. Okay. Ganz oben. So. Hm. Hier, kleine Geisterscheißer. Nervige Viecher. Ja. Na, Ian! Mist. Ja. Tschüss. Ja, für Säge. Okay, wir brauchen einmal das Geschoss. Bleib hier Geschoss. Komm, gib mir dein Donut. Komm, gib mir dein Donut. Komm, gib mir dein Donut. Das ist es 100%. Lass uns das nur noch abarbeiten und dann kommt der finale Teil. Was ist das denn? Wieder ein Teil fertig. Noch 5 Welten. Wissen wir also 5 Truhen. Erledigt. 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 Noch nicht erledigt. Okay, in dem Vulkan ist er noch. Wollen wir mal was wir hier noch zu tun haben. Ja, so West Play. Das ist hier die letzte glaube ich, die wir hier noch machen müssen. Und dann haben wir die auch fertig. Wollen wir mal hier unten. Ne, hier unten fehlt auch noch eine. Ja. Wollen wir mal was die Zeit sagt. Ich sag tatsächlich, wir haben noch ein paar Minütchen. Okay. Erstmal diese Nervsäge beseitigen. Ich sch Warren rein. Je habe auch ein paar Minütchen zu Da weiß ich. Da wir ja noch irgendwas freischalten, was jetzt Richtung Golf geht, gucke ich natürlich möglichst viele Münzen mitnehme. Hier oben müsste eigentlich auch noch eine Münze sein. Hier müssen wir ein Minispiel machen um an die Münze ranzukommen. Ah, schade, beinahe ich hole einen One. Zu viel! Ah, verdammt. Da muss ich ein Minimal mehr machen. Wieso muss der Ausrege zurückbouncen? Genau in den Bunker. Wenn die mal zu weit... Das war zu weit. Das Golf klappt heute den ganzen Tag irgendwie nicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da springt der wieder automatisch zurück in den Sand. Aber gut, war sowieso verloren. Nächste. 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 Volle Pulle. Da muss ich bis dahinten kommen. Nächste. Nächste. Zurufe. Zurufe. Also. Ohne Wot ist ja eigentlich teilweise unmöglich. Ich glaube, ich muss wieder links hoch. Genau falsch, ganz rechts muss ich hoch. Na komm, ich trieb mal hier nicht mehr hier hoch. So. Mann, Nervige, ist viel. So lästig die Viecher. Ich glaube, hier waren wir auch schon drin. Hier, da kommen wir her. Man muss sich natürlich erstmal orientieren. Dankeschön. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Ja. 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 Moment mal. Ach ne, ich denke mal, das wird so sein, dass wir, äh, dass wir dann wahrscheinlich wieder von so irgendeinem Eis beerbigt werden und dann in die Richtung kriegen. Und das ist nur noch Freunde. Also nicht mehr, dass wir von dem lehr im Ruhig werden können. Ja. 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 Dankeschön. Ach, jetzt werden wir von einem wütenden Boot attackiert. Mal was Neues. Nein. Was ein Fall. Oh, man, wir wollten garantiert noch zwei Münzen. Oh, man. 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 Wo wir nur noch ohne die letzten Münze sind. Müssen wir natürlich mal ein bisschen gucken. Ach Mist. Okay, also man kann hier auf den Münze gehen. Auf jeden Fall nicht hochwerfen. Weil ich habe nämlich sonst die Idee gehabt, dass man vielleicht da noch was holen könnte. Aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Also ich habe gerade nur noch zwei Ideen. Entschuldigung. Dino-Dino-Dino-Rug. Andere Frage ist, ist da oben vielleicht tatsächlich sogar noch eine Münze, die ich gerade mal wieder vergessen bin? Nö, da ist nur ein Schlüssel. Okay, also rein theoretisch müssen da hinten dann noch drei Münzen sein. Okay, also rein theoretisch müssen da hinten drauf. Okay, da ist auf jeden Fall eine Münze. Aber wieder Zombies. Mann, unsichtbar an Zombies vorbeirennen, das ist echt nicht einfach. Man sieht ja halt nix. Ähm, Zombies. Ähm, Zombies. Der Multi wird in der Kirche weiter minimisiert werden. Das ist nach시는 uns consentieren. Ich darf versuchen, den Kruppen gefGnädigt werden. B gas coal, Q 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 Q. Ok, dann geht's zur blauen Truhe, auf ziemlich äh, kurioser Art und Weise. Mann, da muss man leider einmal unsichtbar sein, damit man da durchkommt. Nein, ich bin wieder gesprungen, ich Idiot. Ah, diese Welten mit Zombies sind einfach die nervigsten. Na, nochmal Kombination mit Unsichtbarkeit. Ok, das ist sogar noch blöder, wir müssen als Zombie, äh, als Zombie sag ich schon, als Unsichtbarer hinten rüberkommen und dann erst mal Zombie erwinkeln. Ok. Schön war natürlich, dass da gerade irgendwie die Zombies gebackt sind und keine Zombies kamen. Oh, nö, ich hab den Schwung vergeicht. Ich könnte das Fett beißen. Ich bin ja mal gespannt, ob das nächste Projekt auch so Nerven aufreiben wird. Ach, das ist so ätzend. Ach, das ist so ätzend. Das ist so ätzend. Ah, okay, ich weiß wie. Da müssen wir als Zombie hin und da ist garantiert noch eine Münze. Danke. 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 hier wird Eine Münze fehlt uns noch. Da muss ich mal gucken, wo die ist. Wahrscheinlich ist das in dem einen Raum, wo auch die Truhe ist. Die so ein bisschen seltsam zu erreichen ist. Wird, wenn man nichts sieht. Muss ich jetzt mal raten, wo man hin muss. Oh. Hm, da ist keine Münze. Wird so geil aus wie letzte Münze. Hier ist sie auf jeden Fall nicht. Da waren wir gerade eben drin. Die Münze haben wir. Gibt's doch nicht. Die muss doch irgendwo noch. Ah ja. Ach, eine verpasst. Muss ich nur noch mal rüber. Oh. Komm, hau ab, du bewische Nervensäge. Hm. Hm. Das hat nun mal gekrampft loszulernen. Hm. Hm. Jetzt können wir die Welt endlich abschließen. Zu 100%. Nie wieder müssen wir die scheiß Welt machen. Das blöde ist, wir können zwar unsichtbar durch die Tür gehen, wir können aber unsichtbar keine Truhe umöffnen. Das heißt, ich muss in der Etage höher mich vom Zombie treffen lassen und dann in den Hackel fallen. Ah, daneben. Ah, daneben. Da. Da. A manufactured. A � dangerous kligkeiten nach Südaf�a? A convinster ab. like noch zu ver wenn du so nichtes Short, die Musik ver calcul cube. Oh, so'n Akt. Oh. Oh, nervig. Ein Rieb oder Armband. Noch vier. Blöd ist nur. Da unten können wir noch nicht weiter. Da fehlt uns ja noch die Möglichkeit durch diese eine Tür zu gehen. Da muss es glaube ich heller sein. Ja, als nächstes würde dann der Westkrater drankommen und dann kommt diese nervige Welt in den Wolken. Oh, wir haben schon wieder deutliche Überlänge. Dann machen wir hier an der Stelle mal Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.